Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bürgermeister Arndt, grüße ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Diese Einladen habe ich besonders gefreut, das muss ich vorausschicken, weil ich bin noch gar nicht so lange im Amt. Es ist jetzt gerade mal zwei Monate her und ich habe diese Veranstaltung sozusagen noch geerbt von meinem Vorgänger. Der hatte die Einladen angenommen und wie das dann so geht bei der Übergabe, dann schaut man sich die Termine an, wie der Staatssekretär, der vor mir im Amt war, ihm zugesagt hatte. Und diesen Termin hatte er zugesagt. Und ich habe mich damit dann auseinandergesetzt und habe gedacht, willst du den Termin überhaupt machen? Ich habe mir die Termine angeschaut und habe mich dann im Vorfeld ein bisschen auseinandergesetzt, was passiert da in Marl überhaupt. Und es ist eine Premiere für mich, ich bin zwar aus NRW, aber ich muss zugeben, heute zum ersten Mal im Mal. Auch das finde ich ganz spannend. Aber ich habe mir den Termin dann angeschaut und gesagt, ist das ein Termin, den du machen möchtest, den du machen kannst? Und dann, je mehr ich darüber gelesen habe und erfahren habe, desto mehr konnte ich mich mit der Idee anfreunden, mit dem Thema, was eine Rolle spielt in diesem Jahr. Und ich bin also in der Tat sehr, sehr gerne nach Marl gekommen, weil ich glaube, das ist eine wichtige Veranstaltung, eine tolle Veranstaltung. Und ich bin ganz froh, dass es so etwas gibt bei uns und freue mich in der Tat, dass so viele Leute auch heute gekommen sind und ich zu Ihnen sprechen kann. Vielen Dank für die Einladung nochmal und für das zahlreiche Erscheinen. Das Thema, um das es geht, ist Bildung. Der Bürgermeister hat es ja gerade schon angesprochen und die Schulministerin war da. Ich werde gleich mit meinen Ausführungen auch noch mal ein bisschen erläutern, warum Bildung für uns als Landesregierung insgesamt, rede ich auch mit für die Schulministerin, denke ich, als Landesregierung insgesamt nicht nur Schule ist, warum Bildung durchaus sozusagen aus unserer Sicht umfassender und allgemeiner und viel breiter gedacht und gefasst werden muss. Und das ist uns als Landesregierung ein wichtiges Anliegen. Ich werde gleich auch noch ein paar Dinge sagen, wo ich glaube oder warum ich glaube, dass das so zentral ist und wo wir ansetzen bei Bildung, bei diesem etwas allgemeiner, geltenden, allgemeiner begriffenen Bildungsbegriff, den wir voraussetzen. Aber zunächst zu dem Fest hier nochmal selber. Abraham ist ja nicht nur eine biblische Figur, so finde ich jetzt mal den Einstieg in diesen Bildungsbegriff, von dem ich eben gesprochen habe, sondern er ist eben auch ein Brückenbauer zwischen den Religionen. Und ich glaube, das ist ja das, was dieses Fest auch hier dokumentieren soll. Ein Brückenbauer zwischen Juden, Muslimen und Christen. Und ein Brückenbauer setzt ja in der Tat auf Dialog, auf Verständnis. Und deshalb ist es eine persönliche Botschaft, die von dem heutigen Abend und dieser Veranstaltung, dem 12. Aberamtsfest, heute hier ausliegt. Ein besseres Verständnis anderer Religionen führt zu einem besseren Miteinander und zu einem besseren Gemeinwesen, in dem Respekt und Toleranz herrschen und in dem Respekt und Toleranz auch gelebt werden. Aber wie gelingt ein besseres Verständnis füreinander und was ist die Voraussetzung dafür? Und da sind wir ganz schnell beim Bildungsbegriff. Nämlich das Wissen über andere Länder, über andere Kulturen, über und voneinander. Und damit meine ich die Bildung eben in diesem umfassenden Begriff. Das geht deutlich über die Wissensvermittlung in der Schule hinaus. Gute Bildung bezieht sich eben nicht nur auf eine Schulbildung, sie umfasst außerschulische Bildungsorte, genau so und überall. Bildung ist eben mehr als eine Wissensvermittlung, ich habe es gesagt, ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Und diese andere Seite der Bildung, wie es man nennen möchte, findet in den zentralen Lebens- und Freizeitbereichen insbesondere von Kindern und Jugendlichen statt. In der Familie, in der Kita, in den Vereinen, beim Sport, in der Musikschule. Und hier werden Talente gefördert, Interessen geweckt und auch Neugier geweckt. Und Neugier ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn es darum geht, ein besseres Verständnis füreinander aufzubringen. Bildung findet vor und über die Schulzeit hinaus statt. Denn nur eine so verstandene Bildung kann auch gesellschaftliche Teilhabe für alle dauerhaft verbessern. Wir nennen das Lebensbildung. Und für Lebensbildung in diesem Sinne setzen wir uns ein. Denn Persönlichkeitsbildung fängt nicht erst in der Schule an und endet nicht mit dem Schulabschluss. Schauen wir uns die Kitas an. Sie sind heute mehr denn je Bildungseinrichtungen, bei denen es darum geht, Bildungsprozesse von Anfang an aktiv zu gestalten. Elementarpädagogik ist heute ein eigenständiger Bereich und keine Hilfspädagogik. Chancengerechtigkeit und gegenseitiges Verständnis und für ein Miteinander fängt hier an. Sie wissen selber, dass die Landesregierung diese Koalition unter der Überschrift kein Kind zu unklassen und Prävention sozusagen eine Überschrift über diese Legislaturperiode gesetzt hat. Und Prävention bedeutet Vorbeugung. Und ich glaube, gerade in den Kitas wird Vorbeugung, wird gute Bildung, werden die Anlagen für Chancen gelegt und damit für eine gute persönliche Entwicklung und damit eben auch für eine gute gesellschaftliche Entwicklung. Nämlich das, was wir in den jungen Jahren in den Kitas erreichen und in der frühkindlichen Bildung, das ist das, was wir später nicht reparieren müssen. Das ist das, was wir, wir haben gerade vom Bürgermeister gehört, das Problem des Rechtsradikalismus, andere Probleme, die später auftauchen können, Gewaltbereitschaft. Das sind Dinge, die in der frühen Bildung heute über Prävention aktiv sozusagen angegangen werden können. Deshalb ist der Besuch in Kitas für uns und auch das Geld, was wir reinstecken, gemeinsam mit den Kommunen, gemeinsam mit vielen Trägern, glaube ich, sehr gut angelegtes Geld im Sinne von gegenseitiger Verständigung, gegenseitigem Verständnis schaffen. Wir brauchen schon in jungen Jahren, das zu lernen, zu begreifen, damit die Gesellschaft später sozusagen nicht in der Situation gerät, in der es gefährliche Entwicklung gibt, wie wir sie beim Rechtsradikalismus sehen. Deshalb setzen wir ganz massiv darauf und glauben, dass das sehr gut angelegtes Geld ist. Außerschulische Bildungsangebote spielen aber nicht nur im Bereich der Kitas, sondern auch im Bereich der Jugendlichen eine große Rolle. Auch dafür ist unser Ministerium zuständig. Kitas, Ausbau von drei Betreuungen ist ein wichtiges Thema, aber eben auch, die Chancen für Jugendliche zu stärken, gerade für Jugendliche. Und hier kommt ganz besonders der Ganztagsschule eine große Bedeutung zu. Wir alle wissen, die Schule heute ist anders als vor 20 oder 30 Jahren. Wir haben heute mit G8 eine unglaubliche Verdichtung, auch der Lernsituation der Schule. Wir haben über den Ganztag Schulangebote, die weit über den Mittag hinausgehen. Und da ist es eben nicht immer einfach, sozusagen nebenbei noch ein Musikinstrument zu lernen, Sportunterricht zu machen. Es ist aber wichtig, das zu tun, weil das gehört auch zu außerschulischer Bildung. Auch das ist Erziehung zu Toleranz und zu gegenseitiger Verständigung, gerade auch über Sportvereine und andere Institutionen, dass wir denken, es muss aber auch die Möglichkeit geben, über diesen Ganztag in den Schulen, auch wenn heute länger gelernt wird in den Schulen, wenn es Mittagessen gibt und Nachmittagsunterricht, dass diese Angebote vorgehalten werden. Deshalb ist es uns und der Landesregierung ein zentrales Anliegen, dass diese Angebote gemacht werden in der Schule und mit der Schule gemeinsam. Wenn Kinder nachmittags keine Zeit mehr haben, zum Sportverein zu gehen, dann ist es wichtig, dass Sportvereine oder auch Musikschulen und andere Institutionen an die Schule gehen, ihre Angebote da aktiv vorhalten, damit Kinder sozusagen auch aus anderen Zusammenhängen heraus, als nur Unterricht im schulischen Umfeld erleben und auch da Fähigkeiten entwickeln, die ihnen später und damit eben auch der Gesellschaft insgesamt zugute kommen. Auch das ist ein zentrales Anliegen.